This war is a disease, passed through blood spilt by warriors. I feel the winds from the gathering storm. This war is a disease, a disease, and a disease. I hope you don't mind the weight of the world on your shoulders, Agent Blazkowicz. I've got pretty solid shoulders, Agent One. Well, we're losing the bloody war. Nobody told me. Our HQ's put a tight lid on it. General Death Said is manufacturing unstoppable killing machines in a secret compound. One of his lieutenants, Helga von Scherbs, is keeping the folder mentioned in your mission briefing at her base of operations, Castle Wolfenstein. This folder contains the location of Death Said's compound. Could be our last chance this, before the Nazis wipe out all that's good in the world. America would never fold. Huh. Alright. Here's the checkpoint. Remember your cover. Commander Franz, Nazi bastard from the SS in Frankfurt. You and me, Blazkowicz. What a good team. We can do this. You and me, Blazkowicz. Okay, look. You're German. Frankly, it's atrocious. So no talking. And keep your gun holstered for as long as you can. The papers are kept prepared before you are in the glove box. There. Okay. Let's go. And remember. Stay focused. Stay quiet. And follow me. Right? Commandant Franz aus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Fuck it. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick warten Sie. aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hotdog. So ein komischer Kalt. Die spinnen die abends Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta. Bei Fuß. Kommandant Franz, bitte. Die. Hotdog! Ich glaube, ich muss etwas sagen. Das war Rudi Jäger. Helge der zweite in command. Ich höre, er schütte seine Tiere mit prisoners von der Kastel. Auf jeden Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Helge von Schärps. Was ist das? Was ein Schleppchen. Handpicked von Deathshead, als ein Künstler der SS Paranormal Division. Ich hatte die Verkaufnahme von sie auf Tanzanien. Ich habe das Gefühl, Blaskowitz? Ich war mit Blackwater Fever bei dem Moment. Das war die schlimmste Tag meiner Leben. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Diese Kastelle, Helga hat es. Es ist ihre Kult-Research-Center. Wir brauchen Deathshead, oder die Krieg wird verloren. Und Helga ist wichtig, zu tun. Es gibt ein Dokument von Helga in Helga. Es sollte uns die Location von Deathshead. von Deathshead. Als wir das haben, dann können wir einen Angriff auf der Basis der Schleppchen. 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 Was ist das? 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 Was ist das?